Ich heiße Sie in der Teilkirchgemeinde Obersiegenthal ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Christine Lambrecht und ich lade Sie jetzt ein, mit hineinzukommen in unser Kirchenzentrum hier in Nussbaumen und zu sehen, was wir so alles machen. Ich bin Christine Lambrecht, ich bin Pfarrerin aus Leidenschaft. Weil die Pfarrerinnen all das machen können, was mich begeistert, die Menschen helfen und das Leben in seiner ganzen Breite erleben, in allen Höhen und Tiefen, von Geburt bis Beerdigung. Da bin ich gerne mit den Menschen zusammen unterwegs. Ich bin Claudine, ich bin Teil des Teams der Kinder-Oase, das sind Geschichten, die wir erzählen, jeden Samstag alle zwei Monate in der Kirche, dann singen die Kinder, dann basteln und dann zu neun essen und es macht riesig viel Spass, die leuchtenden Kinderaugen zu sehen. Ich bin Christine und ich bin Katechitin, weil es meine Überzeugung ist, dass die religiöse Entwicklung eines Kindes ein Teil seiner Identität ist. Religion ist auch ein Stück die innere Heimat, wo mir Sicherheit und Halt gibt. Und ausserdem soll der Religionsunterricht auch Freude in mir und den Kindern bereiten. Ich bin Branko, ich bin angestellt als Sozialdiakon, Schwerpunkt Jugendarbeit. Ich habe verschiedene Berührungspunkte mit Jugendlichen. Zum einen ist das ein Reli-Unterricht, zum anderen sind das verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel das Jugendlager, das ich mit ihnen durchführen darf. Ich bin Bea, ich bin die Sigristin, hier in der reformierten Kirche Nussbäume. Ich habe Freude an meiner Arbeit, weil ich mit Gross und Kleinen und Alt und Jung zu tun habe, mit vielen Menschenkontakt habe. Ich kann die Kreativität ausleben, in dem, dass ich die Kirche dekorieren kann. Und es macht einfach Spass, auch hier im Team zu arbeiten. Ich bin Doris, ich bin Präsidentin der Teilkirche Gemeindekommission im Oberseckertal. Ich arbeite in der Kirche, weil die Kirche ein spannendes und sich veränderndes Umfeld zugelegt hat in der letzten Zeit. Ich arbeite gerne mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Alten zusammen. Und mit der Kommission von Obersiegertal können wir das kirchliche Leben gestalten. Ich bin der Sigristin, das ist der Sevi-Name Kwasli. Wir sind hier aus der Sevi, in der reformierten Kirche Gemeinde Nussbäume aktiv. Und sind für Kinder aus dem Kindergarten bis in die Oberstufe, gehen zusammen in den Wald, haben Spass, essen Schocchi-Fendue, entdecken die Natur, sind mit Kopf, Hand und Herz aktiv und haben viel Spass. Ich bin der Willi von Nussbäume, ich arbeite im CREA-Team und in der KGK. Und ich freue mich jeden Tag im CREA-Team den Menschen die Kirche nahe zu bringen. auch eine Giovanna mit den klimernern. Aber die humble sind zwei Jahre, Obers hugst sie.